Hi, willkommen an der HSD. Um genau zu sein, im Fachbereich Elektro- und Informationstechnik, meinem Fachbereich, und den werde ich euch heute mal genau vorstellen. Komm mit! Wir schauen uns meinen Fachbereich jetzt etwas genauer an. Dafür habe ich mir den Benni herangeholt und der erzählt euch jetzt, was überhaupt Elektro- und Informationstechnik ist. Ja, Elektro- und Informationstechnik ist natürlich ein sehr breit gefächerte Begriff. Es geht von der Erzeugung, von Übertragung bis hin zur Verarbeitung der elektrischen Signale. Studium ist ja auch dementsprechend aufgebaut ein Grundstudium und Vertiefungsrichtung. Kannst du mir da ein paar mehr Details zu geben? Also es fängt an, im ersten bis dritten Semester macht man erstmal die Grundlagen der Elektrotechnik. In dem vierten Semester wählt man dann eine Vertiefungsrichtung. Wie sieht denn so das Berufsfeld später aus? Man hat ja viele Möglichkeiten, sich beruflich auszuleben. Ich interessiere mich zum Beispiel für den Software-Ingenieur. Probleme lösen, das ist genau mein Ding. Dann Benni, vielen Dank für die Infos. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal meine Vertiefung an, elektrische Energietechnik. Ich bin hier in meiner eigenen Vertiefungsrichtung der elektrischen Energietechnik im Hochspannungslabor und habe mir mal den Professor Schoft geschnappt. Was ist erstmal die elektrische Energietechnik so grundlegend? Die elektrische Energietechnik beschäftigt sich eben mit der Erzeugung elektrischer Energie, mit dem Transport und natürlich auch mit dem Verbrauch der elektrischen Energie. Was sind denn so die Voraussetzungen, wenn man jetzt hier studieren möchte? Diejenigen, die Mathe und Physik LK oder einen technischen Leistungskurs hatten, die haben unter Umständen in ihrem Studium die ersten paar Wochen weniger Arbeit. Aber der Vorsprung ist normalerweise nach wenigen Wochen aufgebraucht. Gibt es da irgendwelche Exkursionen, dass man als Student sowas auch mal in echt sieht? Wir haben allein von der Hochspannungstechnik her, haben wir in den letzten Jahren eigentlich pro Semester mindestens eine Exkursion angeboten und wir halten engen Kontakt zur Industrie. Ein Highlight da vielleicht zu nennen ist unsere Exkursion zu dem weltgrößten Leistungsprüflabor hier kurz hinter der holländischen Grenze in Arnheim. Dann vielen, vielen Dank für den Einblick in dieses sehr breit gefächerte Thema und dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Vertiefungsrichtung an. Ich bin hier im Rheinraum der Vertiefungsrichtung Mikroelektronik und ich habe mir mal den Benni dazu geholt, dass er euch ein bisschen was erzählt. Was ist überhaupt Mikroelektronik? Ja, die Mikroelektronik ist die Vertiefungsrichtung, wo du alles darüber lernst, wie du aus einem rohen Halbleiter später einen funktionierenden Computerchip bauen kannst. Es gibt nicht viele Hochschulen, die tatsächlich einen leer Reihenraum anbieten. Bei uns hier können schon die Bachelorstudenten selber mit ihren eigenen Wafer eigene Projekte herstellen. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr zukunftssicher an. Wie sieht es dann später mit dem Job aus? Dann kann man eigentlich bei jedem Elektronikunternehmen anfangen. Man kann aber auch mit der speziellen Ausbildung, die man hier im Rheinraum erlebt, dann später bei den großen Halbleiterherstellern anfangen. Ja, das hört sich auch sehr spannend an. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Vertiefungsrichtung, Mechatronik und Automatisierungstechnik an. Ich bin hier in der FAB21, einem der Labore der Vertiefungsrichtung, Automatisierung und Mechatronik. Dafür habe ich den Marvin jetzt einmal hier, dass er mir mal erzählt, was man hier überhaupt lernt. Genau, also in der Vertiefungsrichtung Automatisierung lernt man auf jeden Fall den Umgang mit automatisierten Prozessen, sowie die Steuerung und Regelung automatisierter Abläufe. Ich sehe hier viele Roboter, Sensoren, da ist doch künstliche Intelligenz bestimmt ein Riesenthema, oder? Ja, auf jeden Fall. Also künstliche Intelligenz spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Thema Bildverarbeitung auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, sowie die Sicherheit. Dann vielen Dank für den Einblick in deine Vertiefungen und dieses wirklich komplexe Labor. Wenn ihr euch für Technik und Wirtschaft interessiert, dann habe ich da den richtigen Studiengang für euch. Und das ist der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Dafür habe ich mir einmal den Nico rangeholt, der kann euch dazu nämlich mehr erzählen. Nico, was ist denn so der große Unterschied zwischen klassischer Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen? Beim Wirtschaftsingenieurwesen wird vor allem die Grundlagen von hier in dem Fall Elektrotechnik, sowie die Grundlagen von der Wirtschaft zusammen kombiniert. Und was würdest du sagen, macht das Studium hier an der HSD so besonders? Vor allem der enge Kontakt mit Dozierenden und die Möglichkeit, sich bereits früh im Studium für sämtliche Gremien, oder wie hier das Rennauto-Team E-Tracks einzubringen. Ja, vielen Dank Nico für den Einblick in dein spannendes Studium. Wir hatten heute sehr spannende Einblicke in meinen Fachbereich. Und wenn du jetzt Interesse hast, auch in meinem Fachbereich zu studieren, dann schau auf unserer Website, da findest du alle Infos, die du brauchst. Danke. 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 Mike podcasts. palavralex. LP. iez